Wir beschäftigen uns in Kapitel 3 mit den Begriffen Legislative und Föderalismus und hier zunächst mit der Frage, was ist das eigentlich Parlamentarismus? Und dabei macht es Sinn, sich zu erinnern an die fünf Staatsstrukturprinzipien, die in Artikel 20 und 28 des Grundgesetzes festgelegt sind, nämlich Republik, Demokratie, Rechtsstaat, Bundesstaat und Sozialstaat. Hier gibt es bestimmte Spannungsverhältnisse zwischen diesen Begriffen, die unsere Demokratie ausmachen, nämlich wir sprechen vom demokratischen Bundesstaat. Wir haben in dem Begriff Bundesrepublik schon zwei Staatsstrukturprinzipien festgelegt. Wir sprechen vom sozialen Rechtsstaat und eben auch von der Republik und dem Rechtsstaat, die aneinander gekoppelt sind. Jetzt gibt es da unterschiedliche Formen der Republik. Wir denken an Frankreich mit einem Präsidentialismus, eine Republik, in der Bundesrepublik, wie wir wissen, gibt es diese Form des Präsidentialismus in der Weimarer Republik, aber nicht in der Bundesrepublik, sodass man eben von unterschiedlichen Ausgestaltungsformen der Republik sprechen kann. Parlamentarismus ganz allgemein bedeutet zunächst erstmal zweierlei. Erstens die Abberufbarkeit der Regierung und zweitens die Trennung der wichtigsten Ämter des Regierungschefs und des Staatsoberhauptes. Man muss dazu sagen, dass das Parlament die Vertretung des gesamten Volkes ist. Das bedeutet, dass hier die Entscheidungsgewalt in einem Staat gebündelt wird. Repräsentation heißt aber auch, dass es hier eine Verpflichtung beider Seiten gibt, nämlich des Staatsvolkes und der Regierung. Wir erinnern uns an den Unabhängigkeitskampf in den USA, wo es hieß, no taxation without representation. Das bedeutet so viel wie, dass eben man nur zur Kasse gebeten wird, nur Steuern zahlt, wenn man eben auch demokratisch repräsentiert wird. Ganz allgemein bedeutet Parlamentarismus zunächst erstmal dann ein Forum für den demokratischen Wettbewerb. Hier in unserem Land den Wettbewerb von Parteien. Das bedeutet ferner, dass das Parlament Gesetze erlässt. Außerdem den Haushalt verabschiedet, den Regierungschef wählt, aber auch abberufen kann und natürlich zu guter Letzt, und das ist sehr wichtig, die Regierung kontrolliert.